In diesem Video geht es um die besten drei Motorradwagen. Der erste Platz geht an das High-End-Produkt. Ein leichter, praktischer und handlicher Wagen zum Verschieben von Motorrädern mit Hauptständer in engen Räumen. Er wird unter das Motorrad geschoben und der Hauptständer ruht auf dem Wagen, ideal zum Heranfahren des Motorrads und zum einfachen Manövrieren im Raum. Abmessungen, 45 x 45 x 7 cm, Gewicht, 5 kg, Tragfähigkeit, 400 kg. Nicht geeignet für Maxi-Scooter von Honda und Motorräder mit einem sehr nahe am Hinterrad befindlichen Hauptständer. Jetzt direkt sparen, der Link zum Produkt ist unten in der Videobeschreibung. Der zweite Platz geht an den Preis-Leistungssieger. Hilfe beim Parken für Motorräder und Roller mit Hauptständer, rutschfeste Matte. 400 kg Tragfähigkeit, Fläche von 45 x 23 cm, vier Doppelräder, 75 mm, mit Bremse, 10 mm dicke Stahlmaterial, auch bei voller Beladung absolut stabil. Vier Doppelräder aus Polyamid mit Bremse sorgen für sicheren Halt und gute Manövrierfähigkeit. Ideal für einfaches Bewegen von Motorrädern und Rollern in Garagen und engen Räumen. Sehr stabile Ausführung, auch für den kontinuierlichen Gebrauch, zum Beispiel über den Winter. Der dritte Platz geht an das Sparprodukt. Maximale Tragfähigkeit von 300 kg. Geeignet für fast alle Modelle mit Hauptständer. Die ultimative Hilfe für Manöver in engen Räumen. Das Motorrad muss nur mit dem Hauptständer auf die Platte gehoben werden, dann kann es leicht und genau verschoben und geparkt werden. Minimale Anstrengung erforderlich. Hochwertige Rollen für einfache Handhabung, sicheres Parken des Motorrads, äußerst stabile Ausführung. Ideal für den Winter. Schöpfung, sicheres Parken des Motorrädern.